Der FC Bayern konnte nach der Hinspiel-Niederlage das Rückspiel gegen Lazio Rom doch noch mit 3-0 gewinnen und somit ins Viertelfinale der Champions League einziehen und in diesem Video zeige ich euch, wie ihnen das überraschend souverän und dominant gelungen ist. Der Fokus der Analyse liegt auf dem Spiel mit Ball von Bayern, aber zur Wahrheit gehört auch, dass man gegen den Ball in dem Spiel kaum etwas zugelassen hat. Im Pressing hat man Lazio schon im 4-2-3-1 häufig nach außen gelenkt, somit die Seitenlinie eben mitgenutzt als Verteidiger quasi und damit auch einige gute Ballgewinne erzielt, sodass Lazio eigentlich kaum aus dem eigenen Positionsspiel heraus ins letzte Drittel kam, wenn dann halt nur über Ballgewinne, aber da wurden sie auch nur einmal so wirklich gefährlich und ansonsten hat man es tiefer in einem 4-4-2 verteidigt, wie wir hier sehen können, aber der Fokus wie gesagt auf dem Spiel mit Ball, zu dem wir jetzt von hinten herauskommen und den gewohnten 4-2-Aufbau, den man hier sieht mit der nominellen Formation, wie wir es auch gegen den Ball gerade hatten, hat man so allerdings nur selten gesehen, da Goretzka, der linke Sechser, fast immer halb links abgekippt ist, um dann hinten einen Dreieraufbau zu bilden. Gegen das 4-1-4-1 Mittelfeldpressing von Lazio hatte man dann eine gute Struktur mit einer Dreierkette, also drei Mann hinten, du hattest die Ringbacks, also die Flügelverteidiger in der Breite, dann hattest du einen klaren Sechser in Person von Pavlovic, der situativ immer mal wieder von Sané, aber vor allem auch Musiala in den jeweiligen Halbräumen unterstützt wurde, also Sané rechts im Halbraum, Musiala links, die kamen je nachdem immer mal wieder entgegen im Aufbau, um da Pavlovic zu unterstützen, der es aber an sich meistens allein im Zentrum gestalten musste und auch wirklich stark gemacht hat. Und vor den beiden Halbraumspielern hatte man dann quasi einen Doppelsturm aus Kane und Müller, die natürlich auch je nachdem immer mal wieder kurz kamen, was natürlich in der DNA ihres Spiels liegt. Weiter vorne, also wenn man den Ball mal ein bisschen höher hatte, was natürlich in dem Spiel des Öfteren der Fall war, gegen ein recht tief verteidigendes Lazio, dann rückten die Halbverteidiger im Ballbesitz, also De Ligt rechts und Goretzka links, auch häufig auf Höhe von Pavlovic auf, sodass man da einfach mehr Druck im Ballbesitz ausüben konnte, aber auch bei Ballverlusten näher dran war und besser ins Gegenpressing kam. An sich ist das ein guter Matchplan von Tuchel, kann man nichts dran aussetzen, der ging aber in dem Spiel vor allem deshalb auf, weil er von den Spielern mit Leben gefüllt wurde, indem sie endlich mal wieder konstant Bewegungen ohne Ball gemacht und häufiger auch mal rotiert haben, weil das war in den letzten Spielen einfach viel zu selten der Fall. Die Spieler waren viel zu statisch, kamen kaum in Bewegungen ohne Ball, mit Ball, so war es dann schwierig Anspielstationen zu finden und meistens fielen die Tore dann nach individuellen Aktionen, aber in diesem Spiel hat man sich die Tore mal wieder richtig gut herausgespielt und gerade beim 1 zu 0 werden auch die Rotationen und so weiter ersichtlich, die Bewegungen ohne Ball und da schauen wir jetzt mal näher drauf. Da war es zunächst Goretzka, der den breitstehenden Guerrero anspielt, der aufgrund der Kompaktheit von Lazio viel Platz hat, also Lazio immer im 4-5-1 eigentlich im tiefen Verteidigen, haben vor allem das Zentrum zugemacht, so war dann auf außen Platz für Guerrero links, Kimmich rechts, die an sich ja eigentlich nicht die idealen Besetzungen für Breitengeber sind, also die nur außen stehen, sondern eigentlich R-Spieler sind, die gerne ins Zentrum ziehen, aber eben bei diesem 1 zu 0 nutzen sie den Drang von Guerrero nach innen zu ziehen eigentlich relativ gut und auch nur deshalb fällt dann letztendlich das Tor. In dem Fall zieht zunächst Musiala Felipe Andersson durch seinen Laufweg mit sich mit und öffnet somit für den nach innen ziehenden Guerrero den Passweg auf Kane, der als Wandspieler den Ball dann klatschen lässt ins Zentrum auf Pavlovich. Pavlovich spielt dann einen Superchip hinter die Kette auf Thomas Müller, der wiederum auf Guerrero ablegt, welcher aufgrund der Rotation mit Musiala von keinem Lazio-Spieler aufgenommen wurde, da er wirklich komplett frei ist im Rückraum und dann den Ball auf Torschütze Kane weiterleiten kann. Am Ende ist es ein bisschen glücklich, dass Provedel den nicht hält, aber herausgespielt war es wirklich herausragend durch gute Bewegungen, mit und ohne Ball von Guerrero, von Musiala, die Rotation zwischen den beiden wirklich gut gespielt in die Tiefe von Pavlovich hinter die Kette, Müller legt perfekt ab und an dem Treffer gibt es wirklich nichts auszusetzen. Das zweite Tor resultierte dann wiederum aus einem Eckball, welche Lazio zuletzt des Öfteren schwach verteidigt hat. Also ich habe da auch vor kurzem das Spiel gegen Florenz gesehen, die haben wirklich die Ecken katastrophal verteidigt und ich habe es eigentlich schon fast erwartet, dass Bayern da ein Tor machen kann, auch wenn es nicht direkt nach der Ecke fällt, sondern über den zweiten Ball. Aber das haben sie ja schon gegen Freiburg über den zweiten Ball gelöst und da dann noch ein Tor erzielt, deshalb eigentlich ein folgerichtiger Treffer. Aber um bei guten Spielzügen zu bleiben, schauen wir noch auf das 3 zu 0 und da baut man aufgrund des Spielstands, also man war jetzt natürlich in Führung und konnte das Spiel mehr kontrollieren, baut man es mit mehr Kontrolle durch tiefere Wingbacks auf. Also wir sehen ja, Kimmich steht nicht mehr ganz weit oben und man legt sich den Gegner somit zurecht, um dann im richtigen Moment zuzuschlagen. Kimmich bekommt dann den Ball und sieht somit auch den Linksverteidiger von Lazio aus der Kette, was hinter ihm auch einen großen Raum kreiert. Kimmich spielt dann wiederum ins Zentrum auf Pavlovich, der in dem Spiel wirklich das Herz des Bayern-Spiels war, der dann wiederum direkt vertikal auf Müller spielt, welcher den Ball direkt auf Sané in den zuvor kreierten Raum legt. Dieser kann dann nach dem Überspielen der Mittelfeldreihe von Lazio in einer 4 gegen 3 Situation, also in einer klaren Überzahl, auf deren Abwehr zulaufen, nimmt sich den Abschluss und dann ist es eigentlich aufgrund der Überzahl mehr oder weniger folgerichtig, dass der Abpraller in Person von Kane bei einem Bayern-Spieler landet, der dann das 3 zu 0 und seinen Doppelpack erzielen kann. Und diese zwei Tore, die ich jetzt näher erläutert habe, stehen stellvertretend für einige vielversprechende Angriffe in dem Spiel, die im Vergleich zu den letzten Spielen gut herausgespielt waren und nicht nur individuellen Einzelaktionen zu verdanken waren. Da spreche ich vorrangig vom Freiburg-Spiel, schaut auch da gerne nochmal in die Analyse, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Aber das war jetzt auf jeden Fall in einem Spiel, in dem es um alles ging, eine starke Leistung, vor allem weil die Spieler wirklich mal performt haben. Der Matchplan von Tore ging natürlich auch auf, da hat er sich nicht wie in Leverkusen vercoacht, aber letztendlich waren es vor allem die Spieler, die den Matchplan mit Leben gefüllt haben und somit für den Sieg gesorgt haben. Und da möchte ich allen voran nochmal Pavlovic loben, der es als alleiniger Sechser im Bayerbesitz wirklich herausragend gespielt hat und wenn er die Leistungen auch konstant so zeigen kann, im Sommer mit zur EM muss. Das soweit meine Analyse zum Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayern und Lazio. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und schreibt gerne auch mal eure Meinungen und Erkenntnisse zum Spiel in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!